Die Birkenpollenallergie ist durch das Vorhandensein erheblicher Kreuzallergien bekannt und erschwert eigentlich auch das Krankheitsbild. Die Patienten klagen darüber, dass sie beim Essen von Äpfeln, von Birnen, von Kirschen und ähnlichen Steinfrüchten Kratzen, Schwellungen im Hals verspüren, ebenso bei Nüssen, bei Karotte, Paprika. Es ist dadurch zu erklären, dass das Haupthomolog, das sogenannte BETV1 der Birke, in diesen Nahrungsmitteln enthalten ist. Dem Patienten bleibt also eigentlich nichts anderes übrig, als auf diese Nahrungsmittel zu verzichten oder sie nur im gekochten Zustand oder gedünsteten Zustand zu sich zu nehmen. Eine Immuntherapie kann die Beschwerden der Kreuzallergie verbessern, aber manchmal klappt das nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.